Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf der Turingkarte, die wir jetzt weiter fortführen. Das heißt, wir machen Kontrollenfahrt mit. Ich habe den Ton getestet und allgemein die auch noch mal angeschaut. Ich muss sagen, also für mich war es jetzt gut. Also es kann sein, bei der Bearbeitung, dass so ein bisschen was verloren geht. Da muss ich aber erst das Programm testen, was die Bearbeitung her, ja, da ran. Also wir müssen einen kurzen fahren. Entlassen, löschen. Ranfahren soll er nicht. Also wenn wir gleich mal normal fahren, das heißt, hier werden wir zurückdüsen und zwar, dass wir ein bisschen mehr nach links kommen. Bisschen. Also ich kann die Musik nicht hören, läuft ja auf einem anderen Rechner im Hintergrund. Das ist vielleicht ganz gut so. Anführungszeichen. Aber ansonsten, ne. So, verbinden wir den Kurs. Beginn. Geht vorwärts, ne. Also wir müssen schauen, ob es ausschlägt, dann ist alles gut. Es ist schon echt blöd, kann man sagen, ne. Ich hab mir geredet, woran könnte das liegen? Was ist, was machst du verkehrt und so, ne. Was kannst du noch einstellen? Viele Dinge, die man da theoretisch berücksichtigen muss, aber das ist eine Katastrophe. Also umstellen in neuen Modus und so, ist nicht ganz so. Ohne. Wo ich ja vorher auch schon mal Probleme hatte, mehr oder weniger, das kommt dann halt vor. Also man wissen sich was erstellt. Besonders dann, wenn von der Grundeinstellung vom Rechner sich was verändert. Durch ein Windows Update zum Beispiel kann es passieren. Muss nicht, aber kann. Und das, wenn man das nicht mehr prüft und nicht sieht. In der neuen Aufnahme vorher, dann ist es ein Problem, ne. Wenn man nur 10 Folgen oder 10 Folgen oder 14 Folgen maximal durchzieht, ist das schon schwierig, in Anführungszeichen, ne. Äußerst ärgerlich, also. Aber was soll's, ne. Kippen wir ab. Also bin echt gespannt, was es hier an Geld bringt. Weil Gülle war ja vom Preis her am besten. Also am besten, und Mist war noch besser. Aber Gülle ist ja deutlich, so sag ich Gülle, 720 für den Preis. Also für Gülle und für Mist 900. Und für unsere gute, wertvolle Silage, zahlen die nur so wenig. Hier 270. Scheu 91, FIFA 4 Handelsverkauf 85. Da brauchst du auch nicht losdüsen dafür. Ne, das ist ja beschissen, Anführungszeichen, ne. Aber gut. Was wär's zu machen, ne. Futterverkauf geht auch. Wir haben kein Futter, ne. Mal gucken. Futter. 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 Ne, Futter ist jetzt, was hier hackt und so. Da haben wir ein bisschen drin, ne. Aber nicht so viel. Futter war woanders, ne. Die Bäume. Eier. Da kommt kein Futter. Das ist Ersatzlinge. Das ist hier, weiß ich, Stroh. Ja, Milch. Ja, da müssen das nicht sein. Sägewerk, ja. Na ja, gut. Ne. Wir machen weiter. Ey, Watt ist voll. So, ab geht's. Nächster Test. Nächstes Mal probieren, ne. Ja, voll auf. Machen wir gleich. Hier quietscht was. Über mir. Stuhlverrücken nennt man was. Ich denke mal, ich höre doch nicht. Hat nämlich neue Nachbarn, in Anführungszeichen. Neu, in Anführungszeichen. Kommt ein bisschen länger. Aber die älteren Nachbarn habe ich fast nie gehört, in Anführungszeichen. Fast nie. So, und hier hat man doch ein bisschen was zu hören. So, und Ende. Wir starten aber neu. Jetzt hätten wir eine Ehrenrunde. Dann können wir was trinken. Wenn es gut klappt, dann werden wir das entsprechend speichern. Und dann können wir bei Gelegenheit noch ein, zwei Tage immer laufen lassen. Die Kühe geben ja so viel Gülle. Wenn es noch viel Geld gibt, dann holen wir noch ein paar Kühe. Dann will ich einen anderen Stall nehmen. Ja, Mist. Ja, Mist macht mehr Arbeit. Nehmen wir zu sein. Aber wenn man Förderwand da rein stellt, dann müsste es eigentlich auch gut funktionieren. Ich hätte auch beladen können wir mir was recht gewesen. Das ist egal, wo er überlädt. Hauptsache überlädt. Jetzt kann ich ja mit der anderen Maus hier am anderen Rechner ja entsprechend anklicken, ob das früher nicht ging. So, jetzt kann ich auch sehen. Oh, das heißt. Ja, das war eigentlich mit der Hauptgrund, dass ich es gerade am anderen Rechner auf dem Media Player umgebaut habe. Auf dem anderen Rechner entsprechend intern gesteuert über OBS. Ja, oder OBS-LARBS habe ich ja auch dafür. Ja, das ist leer. Da muss was holen. Und ich muss sagen, alleine deswegen ohne diesen anderen Programm, also OBS, läuft das Spiel jetzt auf 60 FPS. Oft, nicht immer, aber oft. Aktuell 61. Ja, kann man nicht mehr gern. Leu und fährt, ne? Und kommen wir nicht was anderes an, können wir nachher. Weiß auch nicht was, aber irgendwas schon. Weil dann links flügen, Feldnummer 41, glaube ich. Und dann bekam sie gerade eine Maschine. Wir sollten gerne einen Punkt. Wenn er jetzt gut hinfährt und dann entsprechend auflädt, sollten wir gleich was anderes machen können. Da sieht man nicht ganz gut aus. Wir speichern mal Gülle. Ja. Und jetzt gehen wir mal gucken. Ja, wir haben kurz nicht gespeichert. Ja, macht nix, sagen wir mal leider machen. So, fertig. Ja, das geht auch wie auf den Keks mit Lohnzahlung Null. Aber der Tag kommt näher, nämlich alle muss raus. Alle. Bis auf die Lagerhalle. Also die Hallen. Und unser Lager vor allen Dingen. Das muss bleiben. Also ein Lager ist ganz wichtig. Wenn die Halle weg ist, das sollte ein Problem sein. Die kann man sowas nachbauen. Aber den Verlust mit dem ganzen Getreide wäre doch schon heftig, ne? Jetzt können wir über den Inspektor sehen, was er mit der Gülle macht. Ob der abkippt, ablädt. Schade, das geht nicht gleich kriegen, ne? Aber gut. Wenn es ja entsprechend viel gibt, sind wir auch recht. So, dann wollte ich hier noch ein Aussehen. Ich glaube irgendwie Weizen oder Gerste, weil die so wie er war. Wir werden auch in den Wald in Angriff nehmen. Wenn nicht heute oder morgen. Ja, Herbst in Thüringen, sollte man so, ne? Wahnsinn. 57 FPS oder knappe, ja. 54. Keine, im Prinzip keine Verluste. Hatte ich früher nicht so gehabt. Das war ja extrem. Soll ich sagen muss, oh, was ein Scheiß. Ja, ich hab's auch gehört, ne? Der LS21 kommt später. Ja, gut, sag mal so. Wenn es nachher entsprechend besser wird oder die Erwartungen erfüllt, ist gut. Mir ist lieber, es kommt was Besseres als was Schlechtes. In Anführungszeichen, ne? Schlecht immer Sache der Ansicht. Was ich jetzt so gehört habe und auch gelesen habe, ist es, dass es wegen, hauptsächlich wegen der, äh, da jetzt neue Konsolen rauskommen, äh, die PlayStation 5 und Xbox, also für die Beine, kommt ja nun neu raus. Äh, die brauchen eine andere Art, hart für Anforderung. Das heißt, es kann für uns nur gut sein. Letztendlich, weil, dann können sie auch entsprechend da mehr ausreizen, ne? Also, ich hab viele, viele Spiele habe ich jetzt so gehört, äh, oder, sag mal gelesen, dass die mit der Veröffentlichung jetzt warten. Und, mal schauen, ich mein, äh, äh, sie können ja erst das fertigstellen, wenn sie die Daten haben von, von den Geräten, ne? Also offiziell jedenfalls, ne? Es gibt ja auch schon, äh, einige andere, äh, Gerüchte. Hm, das legt ja nicht ab, der Bruder. Das wär schlecht. Und das ist ja nur über Führungskurs, ne? Da wollen wir mal gucken gleich, ob man da was ändern kann. Modusmäßig, meine ich jetzt. Ja, aber gut, was soll's. Gut, es sollen drei DLCs rauskommen. Naja, ja, ich sag mal so. Im Grunde, ich brauche persönlich keinen DLC, ich weiß ja gar nicht, was wir da jetzt anbieten wollen. Weil ja im Mod-Ordner viele Dinge sind, die man dann nutzen könnte, aber in DLC an dem Sinne, ja, also mit der neuen Karte können sie mich mal, ne? Ganz vorsichtig, weil, ich bin eigentlich von den Standardkarten mehr oder weniger enttäuscht. Eben, weil die auch, äh, das mit ihren Helfer entsprechend, äh, gestalten wollen. Grafisch sind nicht sicherlich schön, die Karten, ne? Aber, eine Einfachkarte ist für mich persönlich, äh, zu klein. Obwohl, wenn man große Felder hat, dann sind auch schon groß, in Anführungszeichen, ne? Aber, ja. Gut, das ist Geschmackssache, ne? Also, Karte ist eindeutig Geschmackssache und da bin ich froh, dass es hier viele gibt, die prinzipiell, äh, äh, das entsprechen können und entsprechend, äh, Karten veröffentlichen, sag mal so, ne? Auch hier, äh, die von Castor sind immer schön, schön gestaltet, äh, optisch immer ansprechbar, auch, äh, äh, Schöne Karten, gibt noch andere schöne Karten, gebe ich zu, aber ich schaffe nur zwei, äh, also zwei, äh, schon. Man sollte, man will ja auch vorankommen, ne? Das ist ja das ganze Problem dabei. Äh, und das ist halt, ähm, bin ausgelassen, sag mal so. Zurzeit, äh, könnte ich ein drittes Projekt gar nicht mal beginnen, ohne irgendwelche Abstriche zu machen. Gut, äh, ja. Wohnwille ist ein Weg, sag mal so, ne? Gut, äh, das ist halt, äh, das ist halt, äh, was du weißt? soll man gleich gucken unser hier gülle fahrer macht beziehungsweise nicht macht so warum lädt er nicht ab der bursche jetzt noch mal raus gucken wie es funktioniert erst mal ja da geht haltezeit bgh ja das zum speichern hier ist eine klar auffüllen bis abfahren bei ok das ist jetzt die frage ob ich den modus ändern muss lassen das ist ja hier aber die entschiedene anzufahren man kann man mal können wir mal sehen also befüllen ob der anderen modus besser ist oder andere ja durch für gülle gedacht also geht ja um entladen das kopf gucken streng kompanie aha gut dünge lager leere rohstoffe 0 1 ach so kalt lager mit von der herstellung ach so dass man auch drin das haben wir aktiviert passt ok so mal schauen wir jetzt ob er da hinkommt wohin soll es war zu bgh und zu zweitens abkippen jetzt schaffen wir noch wird gleich piept bin ja nicht nur auf die zeit festgelegt also so ist ja nicht ein zwei minuten noch nicht haben oder drei wenn es viel sind ohne die tage ist nun muss ich aufpassen ob die gesamte länge allgemein das wird da nicht übertreiben aber das will ich auch noch wissen wenn man so einen sinnlosen tun macht das im moment nachtagen kostet nur geld bringt nichts ein geht nicht kann ich leisten und 0 uhr will ich muss sehen kräftiges neue jahr kommt hier im spiel und da möchte man noch ein bisschen investieren und zwar am besten also im grunde wollte man dünger herstellen also dünger kann ich herstellen aus mist und gülle oder aus gärreste das ist theoretisch mit dem mod von fett möglich warum nicht ab bei einem braunen rohstoffe was nicht geht es hier um kopf mit mitteln da geht nicht voll körper können wir die anbauen macht ja auch nicht so kürz position der musik der nummer test nicht sagen wir mal ein schieß ob wir gewinnt und wir fahren mal ein modus ein mit abkipp stellung so immer löschen dinge anderen kurs also danke fürs reinschauen und löschen und dann machen wir weiter mit einem neuen kurs mit entsprechenden punkt zum einstellen tschüss